Die Autoschleife. Drei Kaiserstuhl. Scheiße, das fahre ich auch lieber bergrunter, du. So, der ist nett. Mal schauen, ob ich es mir traue. Ich weiß es noch nicht. So, der ist für mich. So, der ist für mich. Der ist für mich. Der ist für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf diesem Stück beginnt jetzt die ausgewiesene S3-Strecke, die wollen wir uns nochmal angucken. Erstmal nur hier auf dem Berg, da geht es nämlich ordentlich runter, hier könnte man auch runter. Ne, hier kann man nicht runter. Okay, ui, da ist schon der nächste Felsen. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera wirklich sieht. Da unten flitzen gerade ein paar Leute rum. Mensch, halt die Klappe, Carla! Carla, ich bin am filmen! Ich bin ein Mieter. Mit den Hardtails ab in die Dörren der Klippen. Hier oben ist sogar noch Weihnachten. Okay, da geht der Trill also entlang. Gut! Da geht es gleich runter. Zack! Oder auf der anderen Seite. Schauen wir mal, der sieht natürlich krasser aus. Da entlang. Dann geht der Bruder durch und dann kommen wir auch da unten hin. Mal gucken! Lacht euch überraschen! So sieht das Ganze von unten aus. Und hier wurde arg gewütet. Das könnte eine ziemlich holprige Angelegenheit werden. Ich glaube, den fahren wir besser nicht. Hier wird es arg steil. Faktier noten. Daskt hier auch noch ein Schilder. Ja, das Stück hat es ja ganz schön in sich. Wenn man es kennt, fährt man bestimmt die Leinen ganz sauber. Ist schon verzwickt da. Oben die kleine Stallpassage. Da würde ich beim nächsten Mal dann rechts runter. Aber da ist es dann doch tatsächlich einfacher, für das erste Mal die gerade Linie zu wählen. Da oben waren wir gerade. Und jetzt geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. 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 und schickes panorama die spes Okay, dann wollen wir es mal ausprobieren. Wer nicht kämpfen will in dieser Welt des ewigen Ringens, der ist es lebenslich wert. Die Tür ist unter hier 60 Meter. Das war jetzt das auszugießende S3. Der S3 Trail. Die Löcher sind schon nicht schlecht. Hier geht es direkt weiter mit Löchern. Wichtig ist sicherer Halt auf den Pedalen. Und laufen lassen. Ja. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020